Professor Robert Streibl, der Direktor der Volkshochschule Hitzing, ist tatsächlich sehr gebildet. Der Magister und Doktor arbeitet seit Jahrzehnten wissenschaftlich als Historiker, veröffentlicht Bücher und ist aber nebenbei auch wirklich sehr leutselig und ein genialer Öffentlichkeitsarbeiter und weiß seine Volkshochschule sehr gut zu führen. So besucht er nahezu jeden Kurs am Beginn, stellt sich vor und bietet den Kursteilnehmern auch jede Hilfe an, die gewünscht wird. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich Willkommen, lieber Herr Professor Streibl und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ich freue mich, dass Sie in die Volkshochschule Hitzing gekommen sind. Ja, und Sie sind hier Direktor und ich denke mir immer wieder nicht so einfach Direktor. Wie war denn der Weg, dass Sie Direktor tatsächlich von der Volkshochschule geworden sind? Ich habe als Lehrer studiert, habe als Lehrer mit den Fächern Deutsch und Geschichte nicht viel Chance gehabt und hätte lange Nachmittagsbetreuung machen müssen und habe dann gehört, dass in Volkshochschulen arbeitslose Lehrer aufgenommen werden. Ich bin dann ein sogenannter Zilklehrer gewesen, so haben diese Lehrer geheißen. Zilk war schon lange nicht mehr in der Funktion, aber wir waren immer noch als Zilklehrer tituliert und das war eine Unterstützung der Erwachsenenbildung, eine Professionalisierung. Ich habe in der Zentrale der Wiener Volkshochschulen begonnen, habe dort die Öffentlichkeitsarbeit aufgebaut in den späten 80er Jahren und habe diese Funktion durch mehr als zehn Jahre ausgeübt. Und dann haben wir gedacht, ein Haus zu führen, für ein Haus verantwortlich sein, das wäre eigentlich schon ganz gut. Ich habe mich dann beworben und habe Glück gehabt und bin so nach Hitzing gekommen und bin jetzt seit 1999 hier Direktor in der Volkshochschule. Glück gehabt, sagen Sie, aber ich glaube, es muss schon so gewesen sein, dass Sie recht tüchtig in der Öffentlichkeitsarbeit waren, weil sonst hätte man Sie wahrscheinlich als Direktor nicht genommen, oder? Ja, ich glaube, es waren alle sehr zufrieden. Die Funktion eines Öffentlichkeitsarbeiters hat es damals nicht so gegeben. Und jede Institution braucht gute Öffentlichkeitsarbeit, nicht nur Werbung, sondern auch darüber hinaus soll man die Informierten in Kenntnis setzen. Also von daher war das eine gute Voraussetzung. Manches Mal, das legt man natürlich nicht ab, die Öffentlichkeitsarbeit. Also sein Haus gut zu präsentieren, war daher für mich immer eine große Freude. Ja, und auch ein großer Vorteil, glaube ich, weil Sie das schon so gemacht haben, jahrelang nicht, können Sie jetzt Ihr Haus sicherlich auch sehr gut präsentieren. Sie sind ein bescheidener Mensch, weil Sie haben gesagt, Sie sind Lehrer gewesen, aber tatsächlich haben Sie ja ganz schön studiert, weil Sie ja nicht nur, sage ich jetzt der Wolle, obwohl es ja schon bei Weitem genug wäre, das Magisterium haben und Lehrer geworden sind. Sie sind ja tatsächlich ein richtiger Wissenschaftler. Ich bin Historiker, habe meine Doktorarbeit geschrieben, also ich bin in Krems geboren und habe in den 80er Jahren durch viele Jahre hindurch an meiner Doktorarbeit gearbeitet. Es war über eine Kleinstadt im Nationalsozialismus und das ist ein Thema, das mich bis heute nicht losgelassen hat, weil es sehr vielfältige Berührungspunkte gibt, nicht nur Nationalsozialismus, es ist dann natürlich auch die Geschichte der Jüdinnen und Juden von Krems dazugekommen, die Frage des Widerstands, die Frage der Zwangsarbeiter, die Frage von Kriegsgefangenen. Das heißt, das Thema ist, obwohl ich das jetzt seit fast 30 Jahren betreibe, beginnend mit Krems, aber nicht nur mit Krems, noch bei Weitem nicht erschöpfend behandelt und es gibt immer noch neue Dinge, auf die man stoßt oder auf weiße Flecken, die bisher noch nicht bearbeitet sind. Wenn man jetzt Kurse anbieten will, bei Ihnen an der Volkshochschule hat man es besonders schwer, wenn man jetzt historische Themen behandelt will, weil Sie da ganz genau hinschauen, ob das gut gemacht wird. Nein, das haben Sie nicht. Das Problem ist eher, dass, würde ich sagen, dass die historischen Fragen, das Interesse für das, was in der Volkshochschule angeboten wird, oft verschoben haben, gar nicht so leicht ist, dass man dafür Publikum findet. Es geht eher zurück, würde ich sagen, weil gerade die historischen Themen jetzt so vielfältig behandelt werden, dass man dann oft nicht an einer Volkshochschule mehr einen Kurs besuchen will. Das war in der Geschichte sicherlich anders, als eben die Frage der Zeitgeschichte zum Beispiel nicht verschwiegen wurde, wo es ein Kampffeld, wenn man so will, war und man sich damit viele nicht auseinandersetzen wollten. Da waren derartige Angebote in den Volkshochschulen sehr gefragt. Jetzt, glaube ich, ist es sehr, auf vielen Kanälen wird das Thema behandelt und da ist es dann oft auch für uns als Volkshochschule schwer, hier noch ein Angebot zu legen. Was sind denn die Renner jetzt an der Volkshochschule? Welche Kurse gehen besonders gut momentan? Also traditionell sind es, würde ich sagen, Sprachen und Bewegung. Das sind die zwei Hauptbereiche. Bereich der Kunst ist auch noch gefragt, aber da sind die, würde ich sagen, je ein Drittel machen diese beiden Kurse aus und fragt sich natürlich dann, der Bildungsbegriff der Volkshochschule ist natürlich ein umfassenderer. Wir sind eben nicht nur ein reines Institut, wo du halt deinen Rücken schon gesund erhalten kannst und deine verschiedenen Sprachen lernen. Und daher bin ich auch vielleicht dazu übergegangen, dass man Bildung eben nicht nur, dass es nicht nur einen Kurs braucht, um Bildung zu erlangen oder um Angebote zu machen. Also ich glaube, die Frage, gerade im Bereich der politischen Bildung oder wo man sagt, wo jetzt jemand vielleicht keinen Kurs besuchen würde dafür, muss man dafür sorgen, dass diese Themen dann anderwertig angeboten werden. Zum Beispiel mit Ausstellungen. Wir haben sehr große Werte, habe ich immer darauf gelegt, dass es im Haus viele Ausstellungen gibt, sowohl Kunstausstellungen, aber auch zu historischen Themen, weil viele Leute vielleicht nicht in ein Museum gehen würden, um sich was anzusehen. Aber hier gehen sie in einen Englischkurs und dann sehen sie eine Ausstellung und kriegen dabei was mit. Und wir haben in guten Zeiten, also wenn nicht Corona ist, haben wir so 500 Leute immerhin im Haus. Das heißt, da wurdelt es schon, wenn man so auf Wienerisch sagt, im Haus. Und dadurch gibt es auch die Möglichkeit, so viele Begegnungen zu haben, untereinander aber auch mit unterschiedlichen Themen. Und arbeiten Sie da auch an der Planung der Ausstellung mit, wenn es jetzt historische Themen sind? Ja, ja, also die Programmierung der Ausstellungen, das war immer mein Feld. Und ich gestalte dann auch Ausstellungen selber zu unterstützen. Also zum Beispiel jetzt habe ich mit einem Kollegen, der das gemacht hat über den Österreicher im französischen Widerstand, wo ich mit ihm gemeinsam die Ausstellung gemacht habe, über das Thema, das eigentlich ein Langzeitprojekt der Volkshochschule ist, die Geschichte der Juden in Hitzing. Also es hat sehr viele Angebote gegeben, wo es klar ist, das würde man wahrscheinlich woanders so nicht erfahren, sondern da muss man in die Volkshochschule gehen. Da kennt man ja auch den Öffentlichkeitsarbeiter bei Ihnen, weil Sie immer erkennen, dass man da durch die Ausstellungen Leute vielleicht wieder reinbringt, die dann einen Sprachkurs machen oder die Leute. Also ich sage immer, man muss irgendwie in vielen Bereichen Angebote setzen. Ich glaube, in den letzten zwei Jahrzehnten oder länger ist es, glaube ich, mit der Volkshochschule ganz gut gelungen, weil wir haben eine Reihe von Dingen, die es eben woanders nicht gibt und die mit uns auch verknüpft werden. Zum Beispiel, wir machen seit sechs, sieben Jahren, heuer zum siebten Jahr, die sogenannten Marathonlesung. Marathonlesung, wir lesen Nobelpreis, wir lesen immer im November die aktuelle Nobelpreisträgerin für Literatur oder den aktuellen Nobelpreisträger und das durch 30 Stunden hindurch laden Leute ein mitzulesen, also von neun in der Früh am Freitag bis 15 Uhr, im drauffolgenden Samstag, das sind 30 Stunden. Eigentlich müssten es 42 Stunden sein, aber da wir die 30 Stunden mit dem Kollegen, mit dem ich das mache, mit dem Gerald Buchers, wach sind, würde ich sagen, das ist die Grenze, das hält man noch aus. Also quasi 30 Stunden ohne Schlaf, nur Literatur. Und das ist ein Ereignis, wo sich die Leute immer schon freuen, wenn es das wieder gibt. Und es ist ein besonderes Ereignis, wo man das Interesse für Literatur zum Beispiel eben wach hält oder das pflegt. Wie viele Leute gibt es da, die wirklich die 30 Stunden durchhalten? Nein, 30 Stunden durchhalten, da gibt es, würde ich sagen, nur zwei. Also es sind zwei, die wir das organisieren und die Leute lesen dann, jeder liest einen Leseblock von 20 Minuten, bleibt dann noch ein paar Leseblöcke hoch zu. Das Ganze wird auch live gestreamt, das heißt, es ist auch im Internet abrufbar und man kann auch zuschauen. Und so von daher haben wir so, würde ich sagen, 700, 800, 900 Zuseherinnen. Und da das nachher dann auch auf YouTube abrufbar ist, ist das eine Dauergeschichte. Das ist schön, ja. Und von den Zuschauern ist es auch keiner die ganzen 30 Stunden dabei. Nein, das gibt es nicht. Also das würde ich sagen, wir halten uns mit Literatur wach, aber das ist dann doch nicht. Aber es gibt eben so, man muss jetzt so Dinge machen, die irgendwie außergewöhnlich sind. Wenn man jetzt eine Lesung macht, die zwei, drei Stunden dauert, dann kann man das machen. Aber da geht es auch um den Ehrgeiz, das durchzuorganisieren. Wir lesen in der Regel so zwischen 80 bis 90 Personen, die es dann koordinieren muss, die dann mitlesen. Also das ist einfach ein besonderes Ereignis. Und Sie machen ja noch viele besondere Dinge. Also eines, was mir jetzt auch einfällt, sind die Bienenstöcke, die Sie am Dach der Volkshochschule positioniert haben. Wir hatten durch jetzt sechs Jahre lang Bienen auf dem Dach, haben unseren eigenen Bienenhonig produziert. Und leider ist unser Imker ganz unerwartet heuer im März gestorben. Und jetzt haben wir zurzeit keine Bienen. Und es zahlt sich jetzt auch nicht aus, da unser Haus general saniert wird, wo nicht nur die Bienen, sondern auch wir ausziehen müssen aus der Volkshochschule. Und daher war dieses Projekt so und so jetzt nur für heuer im Herbst befristet. Aber leider ist es früher zu Ende gegangen, weil wir eben den Imker verloren haben. Und wer hat da die Idee gehabt? Die Idee war eigentlich umfassende Kundinnenbetreuung, würde ich sagen. Wir haben eine Kundin gehabt, die ist in die Zeichenkurse gekommen, das war die Edith Probst. Und die hat ganz in der Nähe in der Lockerwiese gewohnt. Sie ist als junges Mädchen, musste sie oder konnte sie emigrieren nach England und von den Nazis flüchten. Dadurch hat es zwischen uns auch immer sehr interessante Gespräche gegeben. Und ich habe sie dann eigentlich, wie sie schon älter war und nicht mehr in unsere Kurse gekommen, trotzdem immer noch in ihrer kleinen Wohnung in der Lockerwiese besucht. Es ist eigentlich eine Freundschaft entstanden. Und sie hat gesagt, du, ich werde jetzt da 90 Jahre und ich will aber keine Vase kriegen und kein Blödsinn. Weißt du was, ich habe einen besonderen Wunsch. Ich wünsche mir einen Bienenstock in meinem Garten. Und wenn du mir das organisierst, dann kriegst du auch einen Bienenstock. Und dann haben wir gedacht, das ist eine gute Idee. Und ich habe dann ein bisschen herumgefragt. Ich habe einen super Imker gefunden, der ganz in der Nähe wohnt. Und der hat ihr den Bienenstock eingerichtet. Sie hat Bienen gehabt, wir haben Bienen gehabt. Also unsere beiden Bienenstöcke haben sich dann praktisch immer wieder getroffen, weil die Richtung und die Dimension, die Entfernung passt. Und dann sind aus einem Bienenstock, weil das zahlt sich natürlich nicht aus, sind dann 13 Bienenstöcke geworden, weil wir ja als Volkshochschule im 13. Bezirk sind. Und so haben wir dann unseren eigenen Honig produziert. Und die Bienen haben im Schnitt so zwischen 400 bis 500 Kilogramm Honig produziert. Das waren natürlich die gelehrigsten und bestausgebildetsten Bienen, weil die sind einen Erfolg so schön zu erzielen. Und dieses Projekt war dann eben nicht nur ein Bienenprojekt mit dem Honig, natürlich auch Werbung, aber auch wir haben dann Imkerkurse angeboten. Wir haben vor dem Haus auch Informationen immer wieder gemacht, wie wichtig Bienen sind. Und das war immer eigentlich sehr gut im Trend und die Bienen sind einfach mit dann, und unser Honig ist dann mit uns immer wieder in Verbindung gebracht, weil das war ein Volkshochhonig. Leider gibt es dieses Projekt nicht. Es wird sicherlich nach der Generalsanierung wieder aufgegriffen werden. Und warum muss diese Generalsanierung eigentlich gemacht werden? Das Haus ist 1974 gebaut und das ist für manche Gebäude dann der Zeitpunkt, wo schon einiges ansteht. Das heißt, wir haben hier keine ordentliche Wärmedämmung. Die Fenster sind alle defekt, sind auch zu groß. Man kann sie teilweise gar nicht mehr öffnen, weil man sonst Angst haben muss, sie kommen einem entgegen. Die Heizung ist eine Gasheizung, das heißt, wir brauchen eine neue Heizung, die behindertengerecht, wir sind zwar behindertengerecht, aber trotzdem nicht nach den neuesten Maßstäben. Der Brandschutz muss gemacht werden. Das heißt, es gibt viele Dinge, die anstehen und da gibt es Gott sei Dank die Unterstützung durch die Stadt Wien, wo das Haus jetzt generalsaniert wird. Wir kriegen eine Wärmepumpe auf dem Dach, wir kriegen eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, weil wir sind dann fast ein mittleres kleines Kraftwerk, würde ich sagen. Und die Struktur des Hauses bleibt im Großen und Ganzen bestehen. Es gibt einige Verbesserungen, wie dass wir Garderoben und Duschen für unsere Tourenkurse bekommen, was auch hoch an der Zeit ist. Was leider zur Zeit ausschaut, wie wenn es es nicht geben würde, ist eine begrünte Fassade. Die hätte ich mir eigentlich immer gewünscht, weil diese Fassade jetzt leuchtet und mit den vielfärbigen Jalousien ist auch ein Markenzeichen des Hauses geworden. Und man hat gedacht, wenn etwas Neues kommt, muss das dem Stand und der Zeit gerecht sein. Und was wäre jetzt zeitgerechter als eine begrünte Fassade? Es ist zumindest vorläufig noch, glaube ich, budgetär, ist es zur Zeit eingespart worden. Aber wir werden alles tun, damit es vielleicht doch noch ein Umdenken gibt und auch eine begrünte Fassade gibt. Und Sie sind jetzt schon, wenn ich richtig rechne, 22 Jahre lang Direktor der Schule? Ja, ich habe aufgehört zu zählen, aber es wird ungefähr passen. Und wie lange werden Sie es noch machen? Naja, ich werde den Umbau, die Aussiedlung, das werde ich auf alle Fälle klar noch begleiten. Und ich hoffe, dass der Umbau nicht so lange dauert, dass ich zumindest dann das fertige Haus noch einweihe oder quasi mit eröffnen kann. Und dann, das ist dann auch ein guter Zeitpunkt, um das weiterzugeben und quasi das neu renovierte Haus mit Leben zu erfüllen, ist dann Aufgabe meiner Nachfolgerin oder meines Nachfolgers. Sie übergeben auf alle Fälle ein bestens renoviertes Haus. Das ist 1a, das, glaube ich, wird super. Ich freue mich auch sehr auf den Umbau. Manche Leute verstehen das nicht ganz, weil natürlich jeder, ein Umbau ist immer mit vielen Unwägbarkeiten, mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Allein das ist ein Ausweichquartier, aber das denke ich mir, ich sehe das eigentlich als große Chance. Und es ist einfach so, die Leute wollen alle mit der U-Bahn fahren, aber wenn die U-Bahn gebaut wird, ist es einfach ein paar Jahre ein Krampf. Das ist einfach so. Aber wenn ich keinen Krampf will, dann würde ich sagen, am Friedhof ist alles ruhig und dort will man eigentlich ja nicht unbedingt ständig sein. Darum gibt es da sicherlich jede Menge Schwierigkeiten, aber man muss immer denken, nachher wird es super. Und wenn Sie an Ihre Pensionierung denken, haben Sie da mehr Wehmut oder denken Sie dann, das wird auch ein schöner Lebensabschnitt, wo ich mich dann anderen Interessen widmen könnte? Ja, schau dir, ich habe als Historiker so viele Sachen, die ich noch nicht bearbeitet habe. Das ist eine, da gibt es jede Menge Projekte. Das, was man sicherlich abgehen will, weil das habe ich immer gern gehabt, ist eben den Zugang mit vielen unterschiedlichen Menschen. Das heißt Kursleiter, Mitarbeiterinnen, dann die Trainerinnen, also die Kursleiterinnen. Und ich bin halt so, wenn zu mir jemand kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann mit einem Projekt das Haus wieder verlässt, sehr groß, weil dann im Gespräch fällt dann alles Mögliche ein, was man noch machen könnte oder umsetzen können. Und ja, das habe ich immer sehr gern gehabt. Ich glaube auch, dass ich da ein bisschen für manche ein bisschen zu schnell oft immer bin, weil wenn ich eine Idee habe, dann will ich die gleich umgesetzt haben und da will ich dann nicht wahnsinnig lange warten. Das hat auch Vor- und Nachteile. Und man sieht halt schnell einen Effekt, den, glaube ich, sieht man im Haus. Und ich glaube auch, dass wir sehr geschätzt sind von unseren Kursteilnehmern und Kursteilnehmern und auch darüber hinaus. Und wie wird man denn eigentlich Kursleiter bei Ihnen? Da stellen sich da viele Leute vor, da müssen Sie eher auf Leute zugehen, dass Sie wen finden? Naja, ich würde immer so sagen, es muss natürlich die Qualität stimmen, wobei da unser Vorteil ist, das ändert sich natürlich jetzt auch zunehmend, auch mit Qualitätsmaßstäben, die angelegt werden. Ich habe es immer so gehalten, es für mich braucht jemand keinen formalen Abschluss haben, sondern man muss jemandem auch eine Chance geben, etwas auszuprobieren. Und wir haben als Volkshochschule, glaube ich, immer viele Chancen gegeben den Leuten. Also das heißt, sowohl denen, die lernen wollen, aber auch denen, die es probieren wollen. Das geht nicht immer ganz gut. Manches Mal passt es halt dann nicht, aber da ist eh die Abstimmung auch mit den Füßen von den Teilnehmern. Und es ist natürlich so, es ist ein heikler Punkt, weil jetzt, wo alles qualitätszertifiziert ist, da muss man zu allem einem Abschluss vorweisen und so weiter. Ich halte das immer ein bisschen lockerer, aber das heißt jetzt nicht, dass deswegen die Qualität, die Qualität muss trotzdem stimmen, aber manche Leute können Sachen und haben halt vielleicht nicht die entsprechende Ausbildung. Und daher muss man das auch die Chance bieten. Ja, also das funktioniert ganz, ich finde immer, es funktioniert ganz gut. Es ist auch dieser Weg vielleicht ein bisschen manches Mal unkonventionell. Wenn ich mich nur nach Buchstaben und Gesetz halte und sage, du brauchst jetzt ein fertiges, abgeschlossenes Studium, dann darfst du bei uns unterrichten. Ja, dann hätte ich viele Leute nicht bei uns, die sich gut bewährt haben. Und es kann auch umgekehrt sein, dass viele Studierte nicht so gut unterrichten. Genau, das heißt, man muss sich auch auf ein gewisses Gefühl entwickeln, natürlich Parameter haben, wo man sagt, das geht oder das geht nicht. Und es gibt auch Richtlinien von Sachen, die wir sicherlich nicht anbieten. Also der ganze Bereich Esoterik, das ist klar geregelt, das gibt es bei uns als Volkshochschule nicht. Und der Mensch, der so viel mit Bildung zu tun hat wie Sie, was hat denn da für Fernsehgewohnheiten eigentlich? Fernsehgewohnheiten, naja, ich gebe zu, Corona hat es bewirkt, dass ich jetzt Netflix vertraut bin oder vertrauter. Ich habe es lange Zeit irgendwie gesagt, das brauche ich nicht. Aber es hat einen gewissen Vorteil, sowohl jetzt, was das fremdsprachige Fernsehen betrifft. Also ich gebe zu, mir ist die Queen in England eigentlich nicht unbedingt mein Hauptthema, aber die Sendung Crown habe ich einfach spannend gefunden, weil es einfach auch zeitgeschichtlich nicht uninteressant ist, weil wir wieder zur Zeitgeschichte kommen. Und dann hat man das Ganze nur in Englisch und profitiert davon auch. Das heißt, und so kann man eigentlich, habe ich gemerkt, sehr gute Einblicke gewinnen, zum Beispiel eine zweite Sendung, die ich wirklich spannend finde, weil das ist auch vom Historischen her nicht uninteressant, wobei das ist jetzt keine historische Sendung, aber das heißt Stiesl, das ist über eine orthodoxe Familie in Israel, wo man sagt, ja, den Einblick in eine orthodoxe Familie hat man vielleicht nicht so. Und ich finde es irgendwie spannend, wie Themen aufbereitet werden und wie man Zugänge zu anderen Lebensweisen auch bekommt. Ja, und zum Abschluss vielleicht noch kurz unser Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik? Ja, es ist sehr viel Klassik, würde ich sagen. Wagner und Richard Strauss. Und gibt es ein Lieblingsbuch, das Sie haben? Es ist immer das, das ich gerade liese, aber eines, das mich sehr lange begleitet hat, ist, würde ich sagen, der Ulysses vom James Joyce. Arno Schmidt ist auch ein Buch, Ich lese seit, glaube ich, jetzt drei Jahren an Zettelstraum. Das ist ein eigentlich unlesbares Buch, ganz schwierig. Aber ich habe mir angewöhnt, ich lese es immer beim Zähneputzen. Das ist ungefähr das, wenn ich da eine Seite liese, dann habe ich wirklich ausgiebig Zähne geputzt. Und ja, ich bin jetzt auf Seite 650 oder was. Also ich habe noch einige Zähneputz-Sessions vor mir. Und ich glaube, mein Zahnarzt ist, seitdem ich dieses Buch liese, sehr zufrieden mit mir. Und wir wissen jetzt, was ein gebildeter Mensch beim Zähneputzen macht. Genau, richtig. Also man muss die Zeit nutzen. Und deine Lieblingsspeise? Pasta. Und Farbe? Orange. Und ein Lokal? Ja, schwierig. Da muss ich leider, nicht leider, aber da wechsle ich jetzt die Bezirke. Ich gehe so gern zum Tschak im ersten Bezirk. Das ist ein alt Wiener Gasthaus. Und deinen Urlaubsort, deinen Bevorzugten, haben Sie da was? Da habe ich einen, es ist auf alle Fälle Greta. Mehr sage ich nicht, weil ich will nicht, dass wir allein dort hinfahren. Und wenn Sie ergänzen müssen, ich bin? Optimist. Haben Sie ein Lebensmotto? Ja, ich würde sagen, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann war es noch nicht das Ende. Das ist ein sehr gutes Motto. Was würden Sie denn auf eine einsame Insel mitnehmen? Welche drei Dinge? Meine Frau, mein Klavier und die Divine Komödie von Dante. Das ist auch ein schöner Lesestoff. Ja, und in 20 Jahren werde ich, was würden Sie da sagen? An einem Buch schreiben. Also ein Leben voller Bildung, könnte man sagen, und Freude. Ja. Ja, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Danke, danke. 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 Danke.